So, pass auf, das ist ein großer Fisch. Dein erster großer Fisch? Ja. Man sieht das hier, guck mal. Ja, ihr seid hier zum Spaß machen, zum Drillen. Guck dir das an. Hier sind Fische. Das ist die Schwerin der See, du Kibinda. Schön, so arbeiten, so arbeiten. Du bist sogar ein bisschen über Meter, so pass auf. Geh rum, geh rum, geh rum, geh rum. Stell dir da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Du darfst nicht rausspringen. Ich will nicht so viel sagen, weil ich würde dich auch nicht nervös machen. Perfekt rumgenommen. Ich will noch nicht. Die kämpfen hier, Mann. Das sind Fische. Das hat einen Meter. Zieh rum, zieh rum, zieh rum, zieh rum. Geh rein da, Mensch. Jawohl. Was für ein Fisch. So, auf welchen Köder? Auf deinem. The Boss, Mann. The Boss von Spro. Ja, natürlich. Hammer. Vollgenommen, du. Auf dem Boss von Spro.